Herzlich Willkommen! Mein Name ist heute hier in Thüringen Wir wünschen allen einen schönen Sonntag Das war schon gedacht Ja, wir machen weiter mit Gas Ich fahr hier mal mit, ich will euch mal nicht verhindern, dass er heute noch abgibt und wir sollen wir sollen ja im Koordinarium abgeben das Karameter hier mit dem Verhexten Der Bauer der Position ist die Operende soweit es nicht möglich ist Alles von der, was man nicht kriegen kann könnte man den globalen Markt vielleicht ergänzen indem man dann die Waren kaufen könnte die es gibt gerade auf gott dann hundertmal wenn was ich jetzt nötig verkaufen könnte denn auch theoretisch als ich den Marsch Color Camper den Tabak kaufe ich dann da rein und verkaufe dann würde ich den selber hier wieder kaufen bei theoretisch rein vom Kopf her wird das funktionieren also wenn wir die vor einem den Tabak kaufe klar aber blau ist er weg wollen die nichts abgeben ist gar nicht ein weiter müsste aber jetzt für die Kameter extra total fahren und das höchst ihr jetzt nicht aber das wird auch mal vor sein ne jetzt jetzt noch die sind auch jetzt die sind die sind das ist das ist das ist das ist ist das ist das ist das ist ist das ist ja hat nicht gelogen beziehungsweise zu Kann ich das Gras da rauskriegen oder nicht? Gehen, müssen wir probieren. Da müsste ich mich mal ganz kurz... Ich freue mich aus, wo das geht. Ah, der macht das Fahrzeug. Ja, ich bin voll voll. Ich glaube nicht, das könnte es nicht sein. Jetzt müssten wir hier mal... Wie gesagt, Gras ist voll. Wenn voll ist voll, geht nicht mehr. Jetzt müssen wir mal schauen. Was ist das nun? Ist das ein LKW? Oder ist der Anhänger da in Vitro? Da ist hier unser Forza her. Diesel. Gülle. Wo hat die mir gelassen? Drame, K2, Blizzard, das ist halt Pkw. Ben, Nordrheinland. Pilate. Mitrasche. K2 ist auch drin. Hier ist auch einer. Ca-Brick. Aber der Mais hat auch nicht bei mir. Könnte er sein. das war es jetzt nicht nun egal egal mach doch mal nen Pumpe bauen so da jetzt suchen der suche und erfinde ach die resten Birke und so was das für ein Ding dachte erst wenn ein Kuh kommt ne 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 hier raus hier stand mal ne Birke ja ist aber nur optisch gesehen wollte ich ihm irgendwann direkt machen aber das Wollen ist geblieben so der hat Glück schon nicht oder ist der jetzt hier in der vorne bei der Gülle gewesen ne da hängen dann solche auch hier kann man auch mal rein kippen Gott sei Dank Heu Gras wie gesagt Gras im Lager ist ach der LKW ist da vorne mit Dünge mhm das war sie wieder jetzt fällt es wieder ein hier das ist gut gedüngt wir müssen nochmal düngen und zwar sobald es einmal gewachsen ist ja die anderen beiden fahren jetzt unsinnig die erste Strecke wir müssen mal sehen dass wir da Hempfärtsschiebegras raus oder 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 wir werden da da wir hier wir hatten ja hier unser Pfad nur brauchen gehabt weil ein Taktum saß gegen beim Bau da wollte ich eingreifen Die Original-Hänge kippen weniger als die Komotten. Wenn der Marsch rauf hat, die kippen auch. Der Dünger ist normalerweise sehr schwer. Nichts zu unterschätzen. Ich brauche noch etwas im Wagen, denn wir haben nichts da. Das sind halt gekauft. Das ist nur Sackgut. Ist aber nichts mehr Öl. Dann können wir wieder mit da unsere Düngerfahrzeuge bestücken. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Das muss ich auch mit Heu rauskriegen. Heu können wir hier locker rausnehmen. Aber das Problem haben wir nicht. Das Problem ist eigentlich dabei, dass das Gras rauskriegen ist. Das wäre ideal. Wenn es gehen würde, dann kann ich alles durchfahren. Also umlagern. Heu. Also Heu wird gehen. So weit weg gehen. So weit weg gehen. So. Ich glaube, wir sind hier. Was war's? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die brauchen. Die kaufen wollen wir nicht. Das ist richtig. Das war's. Ich habe das ganz gern Gas aufgenommen. oh na ja normalerweise geht das auch nehmen wir Heu raus das Feuer geht können wir gleich reinpacken in die Butterwaage und wieder alle wir anschauen mal in meinem Bild, also wenn ich ein bisschen unscharf dann nichts anderes kämpft das macht normalerweise automatisch aber an dem in dem Fall noch nicht nichts Außergewöhnliches also ich wüsste nicht wie man das ändern sollte weil es automatisch geht was an Licht liegt oder so, ich weiß es nicht nehmen wir hier was rein kann er weiter arbeiten der Feuer führt nämlich durch das fach die 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 Jetzt machen wir gleich die Mahneladung raus. Wir können bei der Heutrockung eigentlich nichts machen. So rausnehmen, das geht. Also, mein Mundschon ist noch nicht da. Obwohl, wenn die Aufnahme jetzt kommt, kann es sein und beatmen. So gesehen, schwierig zu sein. Also, ist noch nicht versandt worden. So weit kann man nicht sagen, dass es kommt. Also, morgen, also Montag, in dem Sinne. Und wahrscheinlich so. Oh, wer misst? Ja, aber nicht viel. Doch, ein bisschen so. So. Unser Gold. Das ist das einzige, was wir kennenlernen können. So. Da ist immer noch ein paar. Die Lange. Das heißt, es wird da rein, da fit und da. Und hier. Das ist das ganze große Lkw-Einkorn. Okay. Jetzt wird das Lkw-Einkorn hier gewonnen. Wir haben noch einen Lkw-Einkorn, der auch nicht drüber gewonnen hat. Aber jetzt wird das Lkw-Einkorn hier verwendet. den Kurs, den Führungskurs für die Dirage halt, das werden wir jetzt mal tun. Es wird kein Gegenteil hier kommen, wir haben noch nichts drin irgendwas, die Runde wird am Anfang fahren, wenn die Leute immer eingreifen, dann geht es auf Null, dann muss man rufen. Es wird ja eigentlich viel schneller absammeln hier, weil es hier traurig ist. Warte mal, wir sind zusammen, das ist der nächste hier. Das klingt so ein Bodennebel hier, oder ist doch zu furcht. Wie gesagt, ich kenne jetzt einen guten Scheiß. So, das heißt, wenn wir hier starten, das heißt, diesen Kurs richtig, und so starten wir hier. Man kann ja mit jedem Fahrzeug einfahren, normalerweise, also speichern und später übertragen. Beziehungsweise, man kann es auch gleich lassen und eben so übertragen, das geht auch. Aber wir wollen es ja dann speichern, ne? Wir fahren jetzt Richtung Neutracknung, oder wir fahren nicht daheim, sondern vorbei. Jetzt geht es zur Kilometeranlage, die Finale. Und dann werden wir ja alle Beier-Traktoren einfach Silage wegfahren lassen, also zur Silage-Prinzipung. Die Silos hier vorne wollte ich nicht bestücken, weil die sind auch buggy. Das letzte Mal bei einem war buggy gewesen, und das wirft sich jetzt nicht, dass ich was gerne hatte. Also, wenn man so, ich gehe jetzt dann kein Risiko ein, ne? Erstmal hier lang, dann geht es nicht weiter. Aber ich habe noch mehr Kühe, ne? Ich baue noch mehr Mist. So, jetzt kommt das Feld zurück. Ich fahr den Absicht lieber in den Hof, damit die Fahrzeuge nicht entgegenkommen, ne? Da muss ich zwei fahren, und die fahren gerade dann im Gegnerblick, und die ist ungünstig, ne? Da ja der eine Plattenweg sehr ungünstig und schmal ist für zwei Fahrzeuge, ne? Da ja Cosplay, das nicht in der Lage ist, zu erkennen, ob da einer entgegenkommt, und sie würden auch nicht ausweichen, ne? Also, die würden darauf zufahren, und das wäre dann vorbei, ne? Da würde Fehlermeldung kommen, dass beide Fahrzeuge mehr oder weniger sich, ja, blockieren. Das, das da drum und beides probiert ist, das ist ja schon eine andere Sache, ne? Das haben wir auch, für Karpé. So, wenn man wieder aufs Feld zurückfahren, ne, dann haben wir jetzt die Poste gefahren. für die Rage jetzt wieder raus so, den speichen wir jetzt ab Das war die Überführung von der Tür, Schlage von 38. Ja, die 28. Ich freue mich auf der Fahrt hier. So, wir sind an dem Fahrzeug hier von der Straße weg. Und gar nicht mehr auf der Seite. Können wir jetzt Mist holen. So, liebe Schäuble, das soll es für heute gewesen sein. Für die heutige Folge, bzw. für die erste Folge heute. Mal schütteln mit der Rieke. Ciao. Vielleicht sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. So, wenn ihr möchtet, ganz gerne. Ich bin dabei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.